ich muss noch erhalte noch 19 xp die nächste man sie dann und die lightning kills muss ich noch jo leute willkommen zurück zu blenden zwei mit marcus und sven und jo leute willkommen zurück zu blenden zwei mit futura und marcus und marcus und marcus ist noch raus nein wir sind hier auf dieser mir alarm spielen wir zwar nicht ganz zu ende aber ich habe eine lip von uns gefunden ich dachte ich kann jetzt die gegnerischen lip hier voll absterben weil die am boden stand auf der straße marcus was dann bei harry ist tot gerade also bin ich in der base das der gegnerischen das gegner ist im base ich habe einen von den hachis rauchen geschehen ist jetzt explodiert hier bei forst von hier auf der straße direkt davon ein lockern wie hier und cool habe ihn habe ihn jawohl doppel kill foto nach hinter dir ja ich habe ihn gesehen nur ist es ja wenn du ein foto auch immer sagst wo er hinschießen musst dann kriegst du keinen kill also so in der drehung und zwei derweil foto nicht da ja ich habe nur küsse und nur tote aber schon hier ist es oder so darky nice nein ich tüten na harry und mich da wieder das wäre sehr lieb von ihm außer es nicht doch da ist da darky kann sowas weil ich habe wieder ein kill assist bekommen stirb du scheiß harry ich habe crazy gefunden wen hast du gefunden ja crazy hat mich gekillt jetzt schmeißt er mich aus dem sand wo bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder ich bin jetzt bei echo nee doch nein tera an bhl 4 crash site ok ich habe crazy lord angeschrien und er ist im Panzerwiening gefahren scheiße war auch cool ich schreie so crazy lord crazy lord auf einmal macht es unter mir boom und explodiert warum bin ich hier kannst du gar nichts mit machen so so yes oder geht doch weg wenn du eine grenade hast von mir nein immer beim mann hat er sich am lightning gekillt weißt du an der haftgranate ich habe keinen typen bekommen weil der ist ausgestiegen ich habe ihn einfach nur ein lightning raus geholt man habe ich den lebenslack ok jetzt waren da zwei und ich bin dort Markus ich habe dasselbe glück wie du gerade mit den kills ich kriege auch nur assist nein ich habe gerade zwei kills ich habe gerade ein lightning weggeschossen ne meine kd schrumpft schon wieder ich schieße ihn ab er steigt aus dem moment durch den lightning in die luft ja voll geil und dann schießt sie natürlich ein sniper weg wo ich ihn auf der straße aufkam wir stehen schon wieder hier richtig scheiße außerhalb das bringt uns gar nichts ja weil er so fucking wund so ein harris oder so ein baller mit seiner was snake rider oder wie das heißt wo ist ein galaxy 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 also das war doch unsere gäle das schließt nicht aus dass sie jemanden tötet ja aber bei den nk land nicht niederstellt oh wir sind bei a reingepusht gut wo ist der bix harriser wir sind egal bei a reingepusht muss man endlich wieder munition aufstocken hier ich will mal kurz munition aufstocken meh der futter ich möchte anmerken ich bin schon wieder sein anfang der aufnahme in der luft hey diesmal kannst du hier was machen letztesmal hast du hier nur die dinge farmt was letztesmal hast du hier nur deine abschüsse gefarmt fuck ich wollte gerade sagen Leute ich bin fertig mit dem scheiß event auf dem titel Weltraum und sind auch Aktion Schlitzer und diese 100 Prozent herausforderungspunkte bekommen und eigentlich habe ich nur wegen dem titel und den herausforderungspunkten gemacht und den masken es ist ein xp-bonus die muss man mitnehmen 20 prozent mehr xp sind 20 prozent mehr xp boah mann eine unschlagbare logik oh kommt noch mal eine granate und ich habe während der kürzfarm mehr xp gemacht als wenn man unterhaltbarkeit wäre das ist auch ein grund warum ich es gemacht habe es hat spaß gemacht und ich habe mega viel und jetzt mache ich noch umso mehr xp-bonus habe oh geil das ist eine mossi die wird gejagt von sieben riebern da hänge ich mich da gleich mal mit ran aussie es explodiert alter was geht da oben ab ey jetzt ist viel er da viel er aber es ist alles unsere er und drei mossi ja ja aber eines geplatzt ja da kommt hier wieder die nächste mossi ich muss noch erhalte noch 19 xp die nächste mossi down und lightning kills muss ich nochmal ich muss noch drei lightnings für's machen und zieht euch halt lightnings und findet was naja ist gerade in der Situation nicht sogar ne gerade in dieser Station bringt ein lightning nicht viel aber wir haben Arsch das bringt viel ja das mit der Frontgun Forte Gatling kill bitches ich habe meinen ersten kill gemacht richtig anmerke ich habe schon 12 k ich habe zwar schon mehrere Fahrzeuge weg geholt und auch so viele assists gemacht aber das war jetzt der erste kill und es war auch noch ne mossi die ich von Tal mit der Hauptgun weg geschossen habe nein es hat mich fies geheilt ach fuck und ich bin ab respawn gedrückt die pushen jetzt unterstütze ich euch mal wieder gegen die gegnerischen Panzer oh jetzt läuft der zurück oh das ist ein Skyguard verdammte Scheiße äh gegen die gynischen Maxis oh fuck das ist ein verdammter Skyguard das ist uncool oh jetzt kriegt er mich noch ok ich flieg mal wieder in die Munitionsrunde ist halt scheiße dass ich für Munition jedes mal zur Technikanlage zurückfliegen muss ja nein weil es ist hier in der Nähe einfach keine einzige Base wo du Munition snacken kannst wo das hier ist Dieter kannst du Munitions snacken äh Flugzeug Flugzeuge im Mondafutter ja ist in der Nähe im Biolab gerade ums Eck in Biolab ja ein gegnerisches oder? ja eben ja und wie soll ich da Munition holen? ja danke Klaus du sah eben machst den Container auf und dann eben stelle ich nicht so an das wird zum kacken her Container auf, Muni rein, Container zu das ist zu die passt schon muss ich ein bisschen drücken vielleicht ein anderes Kaliber ja lieber die ersten Comanche ja auf allem die Warners mit den Energiewaffen das geht schon das geht schon deine Batterie überlägt da nicht ne ja gut die Batterie sollst du jetzt nicht in den Lauf nach drücken komplett aber sonst die Terraner kriegst du schon was ich schieß mit Batterien das hätten wir jetzt MP das hätten wir jetzt MP Elektroschocks kaputte Batterie abtriegt ja ich schalte einfach sofort den Antrieb des Gegners aus wenn ich ihn treffe er fällt einfach vom Himmel ja er wird einfach so überladen dass einfach sein Teil überläuft boah bin ich ein schlechter Sniper geworden ja das warst du schon immer futur nein ich war mal richtig gut dann konnte ich die Leute es gar im Laufen treffen aber jetzt treffe es nicht mehr aber ich habe einen Verbindeten gesprengt uncool und ein Gegner auch okay war nicht uncool boah wenn ich einen Gegner mitgenommen habe ist es okay dann hat es der Verbindete verdient wäre dass ich zwischen mich und dem Gegner gesteilt habe dann haben wir noch den A Punkt ja dann sie sie wir kämpfen die zu ja ich habe auch gerade mit aus der Luft ein Airstrike in so einen Push von denen rein geschickt mit mehr haben in Hornet Raketen und dann in von der Riege und dann in von der Riege oh man ok dann starte ich nochmal nämlich so wie es aussieht ist eine zwei mags drin und ein Haufen Leute die gehen rechts rum ich habe die Raketen schon aufgerüstet ich bin über euch wo sind sie und noch nicht einer ist raus aber wo alle noch jetzt sind Problem ist ich kriege sobald ich mich der Basin näher locker uns ja gut das ist das ist gegessen da kommt nichts mehr die stehen zwar noch drin aber das ist safe halt mich einfach mal hier unten bedeckt und sobald irgendwas rauskommt kann ich starten und Raketen reinschießen kannst du mich sehen Flutter? Müsstest eigentlich oder? oh da kommt schon ein Sender ne hab ich jetzt nicht gesehen ok der ist tot ok der ist tot meine Raketen kamen ein bisschen zu spät ok ich habe einen gekillt auf dem Dach mit Rockets ja gut aber das langt 15 Sekunden noch da kommt nichts mehr die sind weg gut gut job gg schön die Base eingenommen Juuu ODIV normal ist das ODIV weißt du nicht drauf an wer es kommt drauf an wenn die meisten Punkte gewartet aber ich denke auch nein wasp 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 ist ein großes massenteam einfach wieder masse statt klasse klasse statt masse also unten der Max killt mich nochmal zum Schluss oder auch nicht ich hab gar nichts mehr gesehen Profifutter ja ich hab's wirklich ähm kann jemand ein Harri ziehen oder so irgendwas ja ich hab immer noch mehr Flugzeug na Markus zieh mal was dass ich mitfangen kann und ich möchte anmerken ich habe inzwischen auch 3 kills warte auf den Zander ja ich hab 3 kills mit dem Flugzeug also nehm ich jetzt lightning ach ich denk mal die kommen jetzt mit tanks ach stimmt lightning ist die lightning kann ich auch so brauchen ja ja die kommen jetzt mit die kommen schon mit